Das ist Johannes Schlüter, ein Grüner der ersten Stunde und Weggefährte von Winfried Kretschmann. Ja, ich kenne den Winfried schon, da waren wir beide noch grün hinter den Ohren. Aber schon in den 80ern merken Schlüter und seine Fundifreunde, dass Kretschmann irgendwie anders ist. Mit grüner Gesinnung hat er nicht viel am Hut. Hört euch mal das an. Um an die Macht zu kommen, müssen wir halt bissel unsere grüne Ideale verraten. So ein Bläsgeschwätz, oder? Grüne Ideale verraten. Winfried, kannst du dir das vorstellen? Ich denke nicht nur, dass ich mir das vorstellen könnte, sondern dass die Grünen das anstreben sollten. Oh, Menni. Nachdem dann jahrelang Funkstille herrschte, bekommt Schlüter plötzlich unerwarteten Besuch. Wer sind Sie denn? Sind Sie von der CDU? Mein Name ist Winfried Kretschmann und ich bin Ihr Ministerpräsident. Ach du grüne Neune, Winfried. Mensch, hast du dich verändert? Komm rein. Ja, Winfried, du bist ja jetzt voll der Hardliner geworden in Asylpolitik. Asylpaket 2, kein Familiennachzug mehr. Das ist ja eigentlich voll gegen unsere grüne Gesinnung. Das hat nichts mit irgendwelcher grünen Gesinnung zu tun, die wir sonst mal hatten. Hatten? Wieso hatten? Sag mal, Winfried, ich glaube, du hast deine grüne Seele an die Macht verkauft. Ups, lässt du mich jetzt abschieben in sicheres Herkunftsland? Marokko oder Algerien oder so? Ich prüfe es gerade. Oh, Menni. Am nächsten Morgen. Schlüter hat einen Trollinger zu viel getrunken. Winfried? Hey, du Sack. Winfried, weißt du, was ich wieder für einen Scheiß geträumt habe? Ich habe geträumt, du würdest Parteispenden von der Rüstungsindustrie annehmen, von Südwestmetall. Ich meine, das würdest du doch nie... Ich habe keine Probleme, von Südwestmetall Spenden anzunehmen. Menni. Schlüters letzter Versuch. Er bastelt mit Kretschmann Sperrholz Sonnenblumen, um ihn wieder auf einen grünen Zweig zu bringen. Guck mal, Winfried. Meine Sonnenblume, voll antimilitaristisch. Wie sieht deine aus? Oh, Menni. Winfried? Winfried? Johannes Schlüter. Ein Mann versteht die grüne Welt nicht mehr. Guck mal, Menni. Winfried? Mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm.